Edgar Allenbro Bedenken Sie ferner den Umstand, dass aus dem Oberkleid ein Streifen von etwa einem Fuß Breite vom unteren Saum bis zur Taille auf, aber nicht abgerissen war. Er war dreimal um die Hüften geschlungen und dem Rücken zu einer Art Henkel verknotet. Das war in der offenbaren Absicht geschehen, einen Handgriff zu schaffen, an dem die Leiche sich tragen ließe. Doch würden mehrere Männer auf den Einfall gekommen sein, sich solch ein Hilfsmittel zu schaffen? Dreien oder Vieren hätten die Beine und Arme der Leiche nicht nur einen genügenden, sondern den allerbesten Halt geboten. Der Einfall kann nur einem Einzelnen gekommen sein und dies führt uns auf die Erscheinung, dass zwischen Dickicht und Fluss die Hecken umgebrochen waren und der Boden zeigte, dass hier eine schwere Last entlang geschleppt worden war. Aber würden mehrere Männer sich die überflüssige Mühe gemacht haben, eine Hecke umzubrechen, um eine Leiche hindurch zu zerren, die sie mit Leichtigkeit über jede Hecke hätten hinüberheben können? Würden mehrere Männer eine Leiche überhaupt so geschleift haben, dass davon deutlich sichtbare Beweise zurückblieben? Auch hier müssen wir uns einer Bemerkung das Kommerzial zuwenden, über die ich bereits teilweise mein Urteil abgegeben. Aus dem Unterrock der Unglücklichen, heißt es da, war ein zweifußlanges und einfußbreites Stück herausgerissen und ihrem Kopf und Kinn gebunden, vermutlich, um sie am Schreien zu hindern. Das müssen Leute getan haben, die nicht im Besitz von Taschentüchern waren. Ich sprach schon vorher die Vermutung aus, dass ein echter Herumtreiber nie ohne Taschentuch sei. Doch nicht auf diese Tatsache will ich jetzt besonders hinweisen. Dass es nicht der Mangel eines Taschentuchs war, weshalb das Band geknüpft wurde, ist durch das im Dickicht zurückgelassene Taschentuch ersichtlich. Und dass das Band auch nicht geknüpft wurde, um sie am Schreien zu verhindern, zeigte sich auch eben daran, dass es dem dazu so viel besser geeigneten Taschentuch vorgezogen wurde. Aber die Beweisaufnahme sagt von jenen Streifen, er lag lose um den Hals und war mit festen Knoten geschlossen. Diese Worte sind unklar genug, weichen aber von denen das Kommerzial einigermaßen ab. Der Streifen war 18 Zoll breit und musste darum, obgleich von Mousselin nach der Länge zusammengefaltet, eine kräftige Fessel bilden. Und so gefaltet wurde er gefunden. Meine Folgerung ist so. Nachdem der einsame Mörder die Leiche eine Strecke lang an dem um die Talie gebrachten Henkelbald getragen hatte, sei es nun vom Dickicht oder von sonst woher, schien ihm der Transport der Last auf diese Weise zu schwer. Er beschloss, sie zu schleifen. Die Beweise zeigen, dass er gerade das getan hat. Da er also diese Absicht hatte, war es notwendig, so etwas wie einen Strick an einem der Gliedmaßen zu befestigen. Am besten ließ er sich dergleichen um den Hals anbringen, wo der Kopf ein Abrutschen verhindern würde. Und nun fiel dem Mörder ohne Frage das Band um die Hüften ein. Er würde dieses genommen haben, wäre es nicht so fest um den Leib geschlungen gewesen. Und auch war der Henkel daran hinderlich und ferner die Tatsache, dass dieser Streifen ja nicht abgerissen, sondern noch im Kleid fest saß. Es war einfacher, einen neuen Streifen aus dem Unterrock zu reißen. Das tat er, befestigte ihn um den Hals und schleifte sein Opfer so zum Flussufer. Dass diese Schlinge, die nur mit Mühe und Zeitverlust zu erlangen gewesen und wenig Zweck entsprechend war, dass diese Schlinge überhaupt gebraucht wurde, beweist, dass die Umstände, die ihre Anwendung notwendig machten, erst eintraten, als das Taschentuch nicht mehr erreichbar war. Das heißt, eintraten, nachdem das Dickicht, falls es das Dickicht war, bereits verlassen worden, also auf dem Weg zwischen Dickicht und Fluss. Aber Sie werden sagen, das Zeugnis Frau Deluxe weist ausdrücklich auf diese Anwesenheit einer Bande von Strolchen in der Gegend des Dickichts und zur ungefähren Mordzeit hin. Das gebe ich zu. Es soll mich wundern, wenn nicht in der Gegend der Barriere de Roule und zu jener Zeit ein Dutzend Banden, wie Frau Deluxe sie beschrieben, sich herumgetrieben haben sollten. Aber die Bande, die sich der Ungnade Frau Deluxe zugezogen, ist laut der verspäteten und zweifelhaften Aussage der alten Dame die einzige, die ihren Kuchen gegessen, ihren Schnaps getrunken hat, ohne dafür zu bezahlen. Etting Ilae Irae Doch was besagt die bestimmte Aussage der Frau Deluxe? Eine Bande übler Subjekte erschien bei ihr, benahm sich frech, aß und trank, ohne zu bezahlen, ging in die Richtung davon, die vorher das Pärchen eingeschlagen, kam zur Dämmerzeit zurück und setzte in großer Eile über den Fluss. Nun erschien dieser Rückzug Frau Deluxe sicher eiliger, als er in Wirklichkeit war. Eilig, weil sie noch immer auf Bezahlung gehofft hatte. Nie hätte sie sonst etwas an der Eile der Leute finden können, da es doch zur Dämmerungszeit war. Es ist doch wahrlich nichts Verwunderliches, daß selbst Herumtreiber Eile haben, heimzukommen, wenn ein breiter Fluss in einem kleinen Boot überquert werden muss, wenn ein Sturm heraufzieht und wenn die Nacht naht. Ich sage naht, denn sie war noch nicht da. Es war erst Dämmerzeit, als die unhöfliche Eile der Böserwichter die gute Frau Deluxe beleidigte. Aber uns wurde gesagt, daß Frau Deluxe und ihr ältester Sohn an demselben Abend in der Nähe des Gasthofs eine Frauenstimme habe schreien hören. Und mit welchen Worten bezeichnet Frau Deluxe die Abendzeit, zu der diese Schreie vernommen wurden? Es war bald nach dem Dunkelwerden, sagte sie. Aber bald nach Dunkelwerden ist zumindestens dunkel und zur Dämmerzeit ist bestimmt noch bei Tageslicht. Es ist also vollkommen klar, daß die Bande die Barriere de Roule verlassen hatte, ehe Frau Deluxe jene Schreie vernahm. Und obgleich bei den zahlreichen Wiedergaben der Zeugenberichte die von den Zeugen gebrauchten Ausdrücke deutlich und unverändert angewendet wurden, genau wie ich sie in diesem Gespräch mit ihnen angewendet habe, ist doch weder von den öffentlichen Blättern noch von der Polizei der Unterschied in den beiden Ausdrücken der Zeugen festgestellt worden. Ich will den gegen eine größere Bande angeführten Gründen nur noch einen hinzufügen. Diese eine aber fällt, wenigstens für meine Begriffe, entscheidend ins Gewicht. Unter den vorliegenden Umständen einer ungeheuer großen Belohnung und völliger Straffreiheit kann kein Moment angenommen werden, dass ein Mitglied einer Bande gemeiner Sträuche oder irgendwelche Kerle überhaupt seine Schuldgenossen nicht verraten haben sollte. Jeder einzelne solch einer Bande ist weniger auf die Belohnung oder auf Straffreiheit versessen, als ängstlich verraten zu werden. Er verrät schnell und ohne Besinn, damit er selbst nicht verraten werde. Dass das Geheimnis nicht aufgedeckt worden, ist der allerbeste Beweis dafür, dass es eben wirklich ein Geheimnis ist. Der Schrecken dieser dunklen Tat sind außer vor Gott nur einem oder zwei lebenden Wesen bekannt. Lassen Sie uns nun den mageren, doch einwandfreien Früchte unserer langen Analyse zusammenzählen. Wir sind dahin gekommen, entweder einen tödlichen Unfall unter dem Dach der Frau Deluc oder einen im Dickicht an der Barriere de Roule begangenen Mord anzunehmen. Einen Mord, den ein Liebhaber oder wenigstens ein intimer und geheimer Freund der Verstorbenen begangen. Dieser Freund ist von dunkler Hautfarbe. Diese Farbe, der Henkel am Trageband und der Seemannsknoten, mit dem die Hutbänder zusammengebunden waren, deuten auf einen Seemann. Sein Verhältnis zu der Verstorbenen, einem verwegenen, aber nicht verworfenen Mädchen kennzeichnete ihn über den gemeinen Matrosen stehend. Hierin bestärkten uns die gut und überzeugend geschriebenen Mitteilungen, die den Zeitungen zugegangen sind. Der Umstand jener ersten Entführung legt den Gedanken nahe, diesen Seemann mit jemem vom Merkür erwähnten Marineoffizier, der damals das Mädchen zu Unrecht und Huhn verleitet, zu identifizieren. Und hierher passt nun sehr gut die auffallende Tatsache, dass jener Mann mit der dunklen Gesichtsfarbe bisher nicht wieder aufgetaucht ist. Ich möchte nochmals bemerken, dass er von dunkler Gesichtsfarbe ist. Sie muss also schon außergewöhnlich dunkel sein, da sie das einzige Merkmal bildet, das sowohl Valens als auch Frau Deluc für den Betreffenden anzugeben wissen. Aber warum ist dieser Mann abwesend? Wurde er von der Bande gemordet? Und wenn, wieso waren nur Spuren des Mädchens zu finden? Der Tatort für beide Morde muss also als ein und derselbe angenommen werden. Und wo ist seine Leiche? Die Mörder hätten sich doch wahrscheinlich beider Leichens in gleicher Zeit entledigt. Man könnte aber sagen, der Mann lebt und meldet sich nicht aus Angst, dass ihm der Mord zur Last gelegt werde. Diese Betrachtung könnte ihm jetzt zu so später Zeit gekommen sein, nachdem ausgesagt wurde, dass man ihn mit Marie gesehen hat. Sie hätte aber zur Zeit der Tat keine Bedeutung gehabt. Der erste Impuls eines Unschuldigen hätte doch sein müssen, die Untat anzuzeigen und zur Feststellung der Mordbuben mitzuwirken. Diese Klugheit hätte ihn gerettet. Er war mit dem Mädchen gesehen worden. Er hatte mit ihr in einem öffentlichen Verbot den Fluss gekreuzt. Die Denunzierung der Mörder hätte selbst einem Idioten als sicherstes und einziges Mittel erscheinen müssen, sich selbst vom Verdacht zu reinigen. Wir können nicht annehmen, dass er an den Ereignissen jener Sonntagnacht erstens unschuldig sei und zweitens auch noch von der Gräueltat nichts wisse. Dennoch ist nur unter solchen Umständen die Tatsache zu erklären, dass er, falls er am Leben, die Denunzierung der Mörder unterließ. Und welche Mittel besitzen wir, die Wahrheit zu ergründen? Wir werden sehen, wie diese Mittel während unseres Fortschreitens sich multiplizieren und klarere Gestalt annehmen. Wir müssen die Geschichte der ersten Entführung bis zu Ende verfolgen, müssen das ganze Leben und Treiben des Offiziers, seine gegenwärtige Tätigkeit, sein Tun und Lasten zur Zeit des Mordes in Erfahrung bringen. Wir müssen die der Abendzeitung zugegangenen Zuschriften sowohl Stil wie Handschrift sorgfältig miteinander und mit den schon früher der Morgenzeitung zugegangenen vergleichen, die so heftig darauf bestanden, dass Mönä der einzige Schuldige sei. Und all dies getan, müssen wir diese sämtlichen Schreiben mit der wohlbekannten Handschrift jenes Offiziers vergleichen. Wir müssen versuchen, aus Freude Lück und ihrem Knaben sowie dem Omnibus Kutscher-Valans etwas mehr über die äußere Erscheinung und das Benehmen des Mannes mit der dunklen Gesichtsfarbe herauszubekommen. Es muss kluggestellten Fragen gelingen, von diesem und jenem Informationen über diesen speziellen Punkt oder auch über andere zu erhalten. Informationen, von denen die Leute selbst nicht einmal wissen mögen, dass sie sie besitzen. Doch wenden wir uns nun dem Boot zu, dass der Bootsknecht am Montagmorgen, am 23. Juni, aufgriff und dass, ohne dass die wachhabenden Beamten etwas bemerkten und ohne Steuerruder, kurz nach Auffindung der Leiche vom Zollgebäude wieder verschwunden war. Mit genügender Um- und Vorsicht müssen wir unfehlbar das Boot ausfindig machen, denn nicht nur, dass der Bootsmann, der es aufgriff, es identifizieren kann, wir haben auch das Steuerruder als Beweis. Einer mit einem ruhigen Gewissen hätte wohl kaum das Steuerruder eines Segelbootes so ohne weiteres im Stich gelassen. Und hier lassen Sie mich eine Frage aufwerfen. Über die Auffindung des Bootes wurde nichts bekannt gegeben. Es wurde stillschweigend am Zollgebäude angekettet und ebenso heimlich wieder fortgeholt. Wie aber konnte sein Besitzer, ohne Mitteilung erhalten zu haben, schon am Dienstagmorgen wissen, wo am Montag das Boot aufgegriffen worden war, wenn wir nicht annehmen, dass der Betreffende mit der Sehenschifffahrt Bescheid wusste, dass dauernde persönliche Beziehungen ihm hier die Kenntnis aller lokalen Geschehnisse sofort verschafften. Als ich davon sprach, wie der einsame Mörder seine Last zum Ufer schleifte, erwähnte ich schon die Möglichkeit, dass er sich ein Boot verschafft habe. Das ist sehr wahrscheinlich der Fall gewesen. Die Leiche dürfte den seichten Wassern am Ufer nicht anvertraut werden. Die eigentümlichen Wunden auf Rücken und Schultern des Opfers stammen von den Bodenrippen eines Bootes. Dass die Leiche ohne Belastung aufgefunden wurde, trägt zu meiner Absicht bei. Wäre sie vom Ufer aus ins Wasser geworfen worden, so wäre eine Belastung gewiss nicht unterblieben. Wir können aber das Fehlen einer Seuchen nur so erklären, dass der Mörder es versäumt hatte, sich, ehe er vom Ufer abstieß, mit Ballast zu versehen. Als er die Leiche dem Wasser übergab, wird er zweifellos das Versäumnis bemerkt haben, doch da war nichts mehr zur Hand. Man wollte lieber die Gefahr auf sich nehmen, als noch einmal ans fluchbeladene Ufer zurückzukehren. Als er sich an seiner unheimlichen Last entledigt hatte, trieb es den Mörder zur Stadt zurück. An dunkler, geeigneter Stelle sprang er an Land, aber das Boot würde er es festgelegt haben. Er würde es viel zu eilig gehabt haben, um sich um so etwas zu kümmern. Und außerdem hätte er es am Landungspunkt verankert, so hätte er damit selbst Zeugnis gegen sich abgelegt. Sein natürlicher Gedanke musste sein, so weit wie möglich alles von sich zu werfen, was zu seinem Verbrechen in Beziehung stand. Er wird nicht nur eilens vom Landungsplatz entflohen sein, sondern auch das Boot nicht dort zurückgelassen haben. Er wird es in den Fluss zurückgestoßen haben. Weiter. Am Morgen wird der Schurke von unaussprechlichen Entsetzen erfasst, als er das Boot an einem Ort angekettet findet, den er täglich aufzusuchen pflegt, den aufzusuchen vielleicht zu seiner Pflicht gehört. In der folgenden Nacht bringt er das Boot fort, ohne es gewagt zu haben, das Steuerruder einzufordern. Wo ist nun dieses steuerlose Boot? Es wird eine unserer ersten Aufgaben sein, das ausfindig zu machen, sowie eine Spur davon zu entdecken, beginnt unser Erfolg zu tagen. Dieses Boot wird uns mit einer Schnelligkeit, über die sogar wir selbst erstaunen werden, zu ihm führen, der es in jener unheilfallenden Sonntagnacht benutzte. Klarer und klarer wird eines sich aus dem anderen ergeben und der Mörder wird gefunden sein. Aus Gründen, auf die wir nicht näher eingehen wollen, die aber vielen Lesern klar sein werden, haben wir uns die Freiheit genommen, aus dem die unsere Hände gelegten Manuskript hier das vorzulassen, was sich auf die Verfolgung des von Dupins gegebenen Fingerzeiges bezieht. Wir halten es für ratsam, nur kurz zu erwähnen, dass der gewünschte Erfolg erzielt wurde und dass der Präfekt, wenn auch widerwillig, den Bedingungen seines mit dem Chevalier geschlossenen Vertrages nachkam. Herrn Poes Erzählung schließt mit den hier folgenden Bemerkungen, die Redaktion der Zeitschrift, in der die Erzählung ursprünglich veröffentlicht wurde. Man wird verstehen, dass ich von seltsamen Zusammentreffen spreche und von nichts weiter. Was sich oben über diesen Gegenstand gesagt, muss genügen. In meinem eigenen Herzen lebt kein Glaube an Übernatürliches. Dass Natur und Gott zweierlei sind, wird kein Denken der Mensch verneinen. Dass Letzterer, der die Erstere geschaffen hat, diese nach Wunsch meistern und ändern kann, steht ebenfalls außer Frage. Ich sage nach Wunsch, denn es handelt sich hier um den Wunsch und nicht, wie eine unsinnige Logik meinte, um die Macht. Nicht, dass die Gottheit ihre Gesetze nicht ändern könnte, sondern wir beleidigen sie, indem wir die Notwendigkeit einer Änderung überhaupt voraussetzen. Von vornherein sind alle ihre Gesetze so beschaffen, dass sie alle Möglichkeiten, die je im Schoß der Zukunft ruhen konnten, umfassen. Bei Gott ist alles jetzt. Ich wiederhole also, dass ich jene Dinge nur als Zusammentreffen erwähne. Und ferner, man wird aus meinem Bericht ersehen, dass zwischen dem Schicksal der unseligen Mary Cecilia Rogers, soweit man dieses Schicksal kennt, und dem einer gewissen Marie Rouguet, bis zu einem bestimmten Punkt eine Parallele besteht, deren wundersame Genauigkeit die Vernunft verwirren könnte. Ich sage, alles dies wird man sehen. Möge man aber auch nicht einen Augenblick annehmen, dass es meine versteckte Absicht gewesen sei, im weiteren Verlauf dieser Geschichte und in der Wiedergabe der Aufdeckung ihres Geheimnisses diese Parallele zu verlängern, oder etwa anzudeuten, dass die in Paris zur Entdeckung des Mörders einer Crisette angewandten Maßnahmen nun in einem ähnlichen Fall unbedingt ein ähnliches Resultat zeitigen würde. Denn hinsichtlich dieser letzteren Annahme sollte man bedenken, dass die unbedeutendste Abweichung in den Einzelheiten der beiden Fälle zu den bedeutsamsten Fehlschlüssen führen könnte, da sie den Lauf der beiden Geschehnisse ganz voneinander treiben würde. Gleich wie in der Arithmetik ein an sich unwesentlicher Fehler schließlich durch die Macht der Multiplikation an allen Enden ein Resultat zeitigt, das von der Richtigkeit ungeheuer abweicht. Und was die erstere Annahme anlangt, so müssen wir im Auge behalten, dass gerade die Wahrscheinlichkeitsrechnung, auf die ich hingewiesen, jeden Gedanken an die weitere Ausdehnung der Parallele verbietet. Verbietet mit einer Positivität, die umso strenger ist, als diese Parallele bereits lang und genau verlaufen ist. Dies ist eine jener sonderbaren Sätze, die scheinbar einer höchst unmathematischen Denkweise entspringen, auf die aber gerne nur der Mathematiker einzugehen weiß. Nichts zum Beispiel ist schwerer, als den Durchschnittsleser zu überzeugen, dass man beim Würfelspiel, nachdem einer zweimal hintereinander die Sechs geworfen hat, die höchsten Wetten darauf eingehen kann, dass derselbe Spieler die Sechs nicht zum dritten Mal werfen wird. Der Verstand kann im Allgemeinen einen Grund dafür nicht einsehen. Es scheint unmöglich, dass die beiden erledigten Würfe, die schon ganz der Vergangenheit angehören, auf den Wurf Einfluss haben könnten, der noch in der Zukunft liegt. Die Aussichten auf einen Wurf der Sechs scheinen genau dieselben zu sein, wie sie jederzeit gewesen, das heißt abhängig nur von den verschiedenen anderen Würfen, die mit dem Würfel gemacht werden können. Und dies ist eine Betrachtung, die so einleuchtend ist, dass Versuche, sie zu widerlegen, weit öfter einem spöttischen Lächeln als achtungsvoller Aufmerksamkeit begegnen. Den hierin enthaltenen Irrtum, ein großer, unheilvoller Irrtum, darzulegen, kann ich innerhalb der mir hier gezogenen Grenzen nicht versuchen. Und dem philosophisch Denkenden braucht er nicht dargetan zu werden. Es mag genügen, hier zu sagen, dass er ein Glied einer endlosen Kette von Irrtümern ist, die auf dem Wege der Vernunft entstehen, weil diese den Trieb hat, im Kleinen der Wahrheit nachzuspüren. Vielen Dank.